Das Landgericht Berlin hat einen Anlageberater verurteilt, der einen Shetland Medellin-Healthcare-Fonds empfohlen hat. Wollen Sie mehr darüber wissen? Dann schauen Sie sich den Film an und dehnen Sie den Beitrag dazu. Hallo, ich bin Anwalt Jochen Resch. Ich möchte von einem Urteil berichten gegen einen Anlageberater, der einen Shetland Medellin-Healthcare-Fonds gezeichnet hat. Sie wissen, der Shetland Medellin-Healthcare-Fonds ist völlig runtergekommen. Durch die Baustelle weht nur noch der Wüstenwind. Da passiert gar nichts. Aber aus unserer Sicht ist von vornherein klar gewesen, dass es ein hohes Risiko sein würde, sich dort einzubringen als Anleger. Auf die Risiken, die damit verbunden waren, hat der Anlageberater nicht hingewiesen. Er ist deshalb auf Schadensersatz verurteilt worden. Der Anleger wird so gestellt, als hätte die Beteiligung an dem Middle-Healthcare-Fonds nicht gezeichnet. Und alles zurück, alles auf Null gestellt. Ob das auch in Ihrem Fall da geht, das können wir gerne prüfen. Sie können mich dazu anrufen unter der Berliner Telefonnummer 030-885-9770. Oder Sie können den Fragebogen ausführen, den Sie unten auf der Seite finden. Die Einschätzung ist kostenlos. Dankeschön. Dankeschön. Untertitelung des ZDF, 2020